Hallo Leute zu einem kleinen Infovideo. Ja in diesem Video möchte ich mich bedanken bei euch, denn ich habe in der letzten Woche meine 10 Abonnenten, ähm meinen 10. Abonnenten bekommen und darüber freue ich mich riesig, denn ich sehe euch gefallen die Let's Plays von mir und das gibt mir wieder Schwung und Freude daran, dass ich wieder weitere LPs bringe. Ich möchte mich bei euch riesig bedanken für das große Feedback, Kommentare, Likes und Dislikes und Abos. Ich möchte eigentlich großes Dankeschön an euch schenden. Ja, das war es eigentlich schon, aber da ihr mir jetzt die 10 Abonnenten geschenkt habt, verlose ich, wenn der LS15 rausgekommen ist, den Landwirtschaftssimulator 2015. Einen Landwirtschaftssimulator 2015 werde ich verlosen. Ja, was ihr dafür machen müsst, ist, dass ihr mir eine PN, eine Privatnachricht auf YouTube an mich sendet und da reinschreibt, dass ihr gerne an der Verlosung teilnehmen möchtet. Also nochmals mit schreiben, eine PN an mich, wo darin steht, dass ich, dass ihr mitmachen möchtet. Ihr habt Zeit bis zum, muss ich mal gucken. Ihr habt Zeit bis zum 13. Oktober. Bis dahin könnt ihr euch bei mir so Art anmelden für den LS15 und dann werde ich den auslösen den Kandidaten und dann sobald wie möglich benachrichtigen. Und ja, das war es eigentlich. Also ein herzliches Dankeschön für die tolle Resonanz und für die tollen 10 Abonnenten. Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit wieder mehr weitergeht und wir weiter aufsteigen. Und ja, das war es eigentlich. Einen schönen Tag noch. Wünscht euch euer Chris LP. Und ja, das war es eigentlich.